Ich heisse Martin Wegelin und bin vor 30 Jahren für die Tetsa auf Tarisalam gegangen, wo ich an die Unischule gegeben habe. Unsere Nachbarn sind von Uganda gekommen und meine Tochter Milena hat mit ihren Kindern gespielt. Da ist etwas Trauriges passiert. Salim ist plötzlich ein Durchfall starb. Beim Abschied hat sein Vater mir eine Bananen-Sprösselin gegeben, die ich in die Schweiz mitgenommen habe. Der steht jetzt bei mir im Büro an der EHA-WAG, am Wasserforschungsinstitut im ETH-Bereich und erinnert an meine Aufgabe. In meinem ganzen Berufsleben möchte ich helfen, dass nicht mehr mehr Kinder einen Durchfall sterben. Eines meiner Projekte ist das hier, die Flasche, die zentral ist. Eine Plastikflasche, die bei uns ein Abfallprodukt ist, aber in Entwicklungsländern eine wertvolle Sache ist. Man füllt die Flasche mit verkeimtem Wasser, legt sie am Morgen an die Sonne und das UV-A-Licht tötet die Bakterien und Viren, die durchfallerzeugen. Am Abend ist das Wasser trinkbar und wir können das konsumieren. Es ist eine einfache Methode. Es ist vielleicht zu einfach und wir haben die Schwierigkeiten, das zu verbreiten. Jetzt ist so dies etwa in 30 Entwicklungsländer eingeführt und mehr als viereinhalb Millionen Leute brauchen das täglich. Aber das ist ein Tropfen auf einen heissen Stein, wenn man vergleicht mit dieser Milliarde Menschen, die immer noch keinen Zugang zu gutem Wasser haben. Die Projekte müssen mit der Zielbevölkerung zusammenarbeiten. Und so ist es so eine Methode. Unsere Partner arbeiten mit den Frauen und zeigen ihnen, wie man auf Haushaltsebene das Wasser aufbereiten kann. Und etwa diese ist eine einfache Sache, kann viel erreichen. Und ihr habt jetzt vielleicht von dieser Flaschesunnel-Methode gehört. Und ich möchte euch beten, trägt die Botschaft raus, auf Afrika, auf Asien und auf Latinamerika, dass so dies noch weiter Verbreitung hat. Und jetzt kommt die Botschaft raus. 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 Vielen Dank.